Ja. Nee. Lieber hier mal schauen, ob hier wieder was glitzert. Ne. Oh! Von Ruppermillen, von da. Lass mich raten, er klettert gleich irgendwo ne Leiter hoch. Aber weißt du was? Er muss keine Leiter hochklettert, ich komme freiwillig zu ihm. Tod? Oder... Na, trotzdem. Moment, drei Schüsse, oder was? Das geht ja ganz gut. Oh, das ist eine volle. Leiter da selber rein, der Idiot? Nee. Woah! Oh, der... Oh, oh. Alter! Bam! Headshot! Oh, nicht werfen! Nehmen wir in die Klür. Na, was finden wir denn hier? Direkt die Munition, die wir verballert haben. Sehr gut. Wie sieht's aus? Ah, das ist ja reichlich. Das passt ja alles wunderbar da hinten. So, okay. Wo? Die denn her? Ähm... Das dürfte sein. Das doof ist, das siehst du jetzt gar nicht so gut, die Gegner. Im Glück. Warte mal, hä? Wieder rein? Yeah. War ich hier schon? Ne, war ich nicht. Hier liegen wieder so viele schöne... Da freue ich mich drüber. Da freue ich mich drüber. Geht hier schon wieder aus dem Dortmund. Ich habe doch ein Stück von Haus vergessen. Auf der anderen Seite zum Beispiel. Okay. Geht hier. Unforastero! Ach, das ist ja schon. Oh, sch... Oh, da kommt der Nächste an. So. So, im Dunkeln mit... mit dem ganzen Gewitter und so und der unheimlichen Musik... Wirkt das Ganze doch mal komplett raus. So, wo bin ich jetzt mit Blader? Da habe ich alle Häuser durchsucht. Aber... War da oben auch noch so eine Hütte? Und hier? War ich überhaupt hier schon drin? Ne, war ich nicht. Ja, nicht schieben. Obwohl, das ist vielleicht was hinter. Da kann man nur... die Tür verspielen. Hier ist noch ein Lebenszimmer. Der sich vielleicht was befindet. Das ist ein Tausend. It's over a thousand. Flecke. Auf Gott. Blutige Flecke. Ja. Das lassen wir mal wieder so heringestellt. Da oben war ich schon. Hier war ich glaube ich... in dieses Haus konnte man... nicht rein. Kann ich bestimmt jetzt immer noch nicht. Und hier geht's ins Dorf rein. Oder oben waren wir noch so raus. Na, aber ich bestimmt noch ein bisschen. Oh, hier. Verriegelt worden. Die schmücken hier fangen. Wer ist glücklich? Noch mehr Geld. Und... noch mehr Patronen. So. Ich glaube jetzt habe ich soweit alles... hier eliminiert. Wie ging denn das noch mit dem Nerf lang? Ich wusste es gar nicht. So nicht. Normalerweise müsste ich auf meiner Karte auch sehen, wo ich hin muss. Aber irgendwie. Na ja, gut. Es gibt ja nur irgendwie einen Weg, oder? Hier oben lang. Und dann hier durch. Da, wo man alleine eben nicht durchkommt. Wisst ihr was? Bevor ich die Olle hole... Wo ist sie da sicher? Kann ich jetzt einfach in einen anderen Bildschirm gehen? Ich weiß es nicht. Versuch's mal. Ja. Nicht, dass gleich kommt ja... Öh, die ist gestorben. Könnte natürlich auch sein. Guck, da steht schon wieder laufen, oder? Sehr gut. Oh shit. Nicht gut. Da war er. Tot. Und der droppt. Iiii. Jetzt hat er nur 1.100 gebroppt. Vorhin der... Oder... Was heißt vorhin? Der hat aber wesentlich mehr verloren. So, ich schau mal eben. Wow! Fuck, das sehe ich gar nicht gesehen. Aua ey. Da war noch eins. Das gibt's doch gar nicht. Wieso liegen die jetzt auch immer hier alle? Da kann ich ja glatt meinen Heilkraut da benutzen. Ja, Leon natürlich. So. Wäre natürlich cool, wenn jetzt hier noch ein zweites liegen würde. Plötzlich sind die da so fallen oben oben. Und hier sind auch zwei. Da gehe ich aber diesmal drum. Obwohl. Man kann die auch mit einem Messer auslösen, ne? Irgendwie. Wenn man nah dran steht. Ich will halt nicht reinlatschen. Sie können erst gleich nicht zurücklassen, ne? Siehst du? Das habe ich mir doch gedacht. Na gut. Zack. Ha. Überall fallen. Auf einmal aus dem Nichts. Komm, da kommst du doch ran. Na gut. Na gut. Gut, Ashley. Dann hole ich dich mal von oben runter. Follow me. Als wenn sie da einfach runterspringen würde. Als wenn sie sich das trauen würde. Egal. So. Komm mal mit. Schnecke. Na guck, kann man mal hin. Ob man da was tolles finden denn hier. Wie sieht's mit Kondition aus? Hm. 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 Ja. Hm. Okay. Hier waren auf jeden Fall noch Schätze, oder nicht? Nee. Doch nicht. Aber da hinten. Da sind Schätze. Da oben auch. Irgendwie nicht hin. Das sieht so aus wie so eine Art Bahngleis glaube ich. Oder wie so ein Tunnel. Das geht auf jeden Fall später hin. So. Hier ist unser Ziel. Okay. Ops. Ist ja nicht mehr so weit. Schauen wir mal ob hier auch neue Gegner sind. Ja. Da sehe ich es aber schon. Aber vorher. Äh wo ist die Speichermaschine hin? Ist ja unfair. Ist ja unfair. Da steht sie doch. Komisch. Ich hab die grad nicht gesehen. So. Sera. Schöne Leute. Die Heimgänge, die im Großer oder Jäger sich versteckt. Einer sagt. Irgendwo im Wald. Er muss ja noch leben können. Er hat einen Seera zu finden. Aber wie hat er von dem Ei in seinem Körper erfahren? Dass es ihm gelang es zu entfernen bevor der Parasit geschlüpft ist. Besorgniserregend. Was auf mir Sorgen macht ist, dass Luis mit unserem Eigentum floh. Kurz bevor der Amerikaner auftauchte. Das kann kein Zuverlösen sein. Es muss noch jemanden geben. Um die Lage klären zu kommen müssen wir losfangen. Warten. Wir müssen mittels Nachwärts davon werden. Ein weiteres Ei inizieren. Toll. Äh. Okay. Speichern, Jawohl. Da fühl ich mich noch gleich fürsichere. So. Also. Gucken wir mal, ob es in den Häusern die neue Sachen gab. Gegner. Gegner. Oh, oh. Da kommen sie. Dieses Kraut, jawoll. Eine Kiste. Äh. Sorry, Fass. Ich meinte natürlich Fass. So, jetzt kommen wir schon die... Ja, sie sind schon auf dem Weg, holy shit. Jetzt kommen sie alle. Da laden, da laden, da laden. Jetzt kommt der. Ja, komm, traut euch. Oh, oh. Ähm. Oh, oh. Gar nicht gut. Huh. Komm mit, komm mit, komm mit. Sie guckt so hinterher. Oh, ich krieg auch's Maul. Plus das. Noch so'n Vieh. Diesmal war es mir aber leicht. Diesmal nehm ich, äh... Die hier. Ne. Das muss ich nicht. Das hier. Das hier. Das ist mega schnell. Oh, oh. Zack. Weg ist er. Verliert nicht mal was. Frechert. Ich hätte jetzt gerne gehabt. Leider war nix dabei. So, was war hier noch gleich? Hier war nur... Die kleine Hütte. Und der Hund, der wie hochkommt, rumrennt. Aber auch kein Gegenstand. Dann versuchen wir's im großen Haus. So mehrere. Oder in der großen Scheune. Plagas. Oh, das war knapp. Sterben die da durch? Nö. Nö. Ist noch nicht tot. Ein Stück Plagas drin. Oh, das war mein Fehler. Oh, das ging doch. Also die TMP ist echt nicht schlecht. Wenn man erstmal so gut zu gehen weiß. Oh, Falle. Mehrere sogar. Ob wir uns erst nicht reinrennen. Schink. Voll äußere Reichweite. Ich will auch nicht rein, denn ehrlich gesagt. Herr der Welt. Mein Geld. Ach scheiße. Ich hab genug Munition. Geht außerdem viel schneller. Neh. Nehm ich gerne mit. Oh Gott. Ja. Dann haben wir das Kraut. Was ich jetzt direkt benutze. Und voll. Und das. Nein. Schassig. Das. Dann. Und das. Ja. Ne. Weiß ich auch nicht. Bleibt erstmal da. So. Hier so viel Zeug wieder. Da war nichts. Aber da oben war doch bestimmt was. Ich würde gerne wissen wo die ganzen Bärenfallen her haben. Das sind so viele. Hier. Noch mehr wo die. Ist natürlich die Frage. Lass ich die heute hier warten oder? Äh. Wie soll weiter herkommen? Ja. Wir müssen eh glaub ich hier lang um weiter zu kommen. Wir müssen eh glaub ich hier lang um weiter zu kommen. Jetzt fahren wir so weg. Mal runter. Oh da ist ein Typ. Und? Ja. Oh, der durch. Oh man. Los. So, jetzt bin ich schon sicherer hier. Auffangen. Zack, nichts zu. Ich öffne es, Lianne. Sehr gut. So, unbekanntes Gebiet. Und da hinten ist ein Händler, wie es aussieht. Jetzt können wir nur wissen, wie es aussieht. So, jetzt laden wir jetzt mal hin. ных.